Hey Freunde, wir testen heute eine dieser SilverFountain XL von Agento, sprich Funke. Jeder dieser SilverFontänen hat 100 Gramm NEM, eine Sprühhöhe von 3 Metern. Und in der Catiuri F2. Preislich lagen wir hier bei 4,20 Euro oder 4,30 Euro pro Stück. Und da würde ich mal sagen, schauen wir uns mal einen dieser wunderschönen Fontänchen draußen an. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Wo sind wir denn hier? Da muss man näher reinkommen mit dem Licht, sonst fokussiert er nicht. Der hat so ein Lichtproblem. So, wir haben hier von Agento die neue SilverFountain XL mit 100 Gramm. Jetzt schauen wir uns die mal an, wie die so ist. So, wir machen jetzt hier ein bisschen. Ja, also ich würde jetzt sagen für 4,30 Euro, für Feuerwerke gut einsetzbar, für Fronten zum Beispiel. Ja, ansonsten ein schöner Artikel, dem würde ich mir noch ein Gold wünschen. Ja, ansonsten ein schöner Artikel, dem würde ich mir noch ein Gold wünschen.